Scheiße Ah, warte mal, ich hab hier ein anderer Nein, nein, nein Oh, das ist sogar besser Glaube ich, hoffentlich Also ich darf anscheinend nur mit dem Sniper Hier mein Werk tun, oder? Scheiße Da Scheiße Okay, ich muss Camino mal drauf ansetzen hier Ja, moin erstmal, zurück Willkommen zurück Bei Far Cry New Dawn Scheiße Alter, kommen immer mehr Sollen das Und ich treffe nichts Oh, Mann Ach, weißt du was, ich mach das trotzdem Mir egal Ei, ei, ei Das kann lange dauern Na, kommt, jetzt gleich die ganze Horde wegballern Moment, Achtung Und Jo, Wumpf, Salah Scheiße Das gibt's doch nicht Alter, ich treff Nein Alter, ist das schwierig Ei, 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 ei Sollen das gehen Puh Ja Zeitlupe wär cool Okay, ich nehm mal das Ding hier Okay Fuck Ach, warte mal Das weiß ich auch nicht Scheiße Doch, hat funktioniert Ja, wunderbar Ich steh nicht, Arschloch Alter, ich treff hier gar nichts Ei, 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 ei Scheiße Was gibt's da nicht Ei, 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 ei Ui, einen runtergeballert Das ist schon mal Ganz gut Oh, Alter Das ist, ähm Echt ein bisschen Ist Scheiße Alter, ich treff hier nichts Mist Alter, das Was ist das für ein Sniper Was ist das für ein beschissenes Sniper Das macht überhaupt keinen Schaden Nichts, gar nichts Ah, fuck Okay, einmal noch Und wenn das dann nicht funktioniert Dann, äh, weiß ich nicht Das muss ich später machen Ich bleib mal bei meinem Sniper Ich glaub, das macht mir Schaden, oder? Irgendwie Das ist, äh Das ist ja ne Katastrophe So, warte mal Okay Mist, die ist zu nah dran Die ist zu nah dran So, die ist weg Mist Mist, 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 Mist So So, wie viel Na, komm mal hier Auf zu schreien Hol die deinen Bumsala So So, ist noch ein Sniper Irgendwo da hinten Ja, ich glaub, ich seh ihn Bumsala Irgendwo ist da noch Mist Ja, der ist weg Ah, ein Glück Hab ich's geschafft So, ruhig auf einmal Ich glaub Ja, sprich mit Gina Juhu Komm mal her, ihr Magina Äh, Magina Äh, Madame Wo ich sag Ah, wie geil Eine Mischung aus Madame und Gina Hm, Magina Auch nicht schlecht Ich hab was Neues erfunden Halt, nein, nein, nein Guten Tag Moin Warte mal, ich muss meine Maffe wegnehmen hier Äh, hallo Ja, klar Haben wir gesehen Ja, ja Ach was, echt jetzt Äh, hä Die Kackbratzen Mein Baby in Ruhe lassen Und was haben die gemacht Die wollten mir mein Kind wegnehmen Und mich in ihrem Scheiß-Todes-Rennen Draufgehen lassen Solange es die Zwillinge gibt Wird mein Kind nicht sicher sein Die Highwaymen werden für alles büßen Was sie mir angetan haben Du bist okay Gib einfach Bescheid Wenn du mal Hilfe brauchst Ja, ist okay So Ja, von wegen Alles unter Kontrolle Ja, Madame Ja, ja Die Sprüche Klopfer Mann, 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 Mann Naja Es sei dir verziehen Gina Juera Ju-ju-ju-juera Ju-juera Juera Juera Egal So Jetzt haben wir dat Äh Huch Äh, leck Hallo Ich glaub mein Spiel Kackt ab Jo Okay Bis gleich So Da sind wir wieder Ja, ich hoffe wir haben jetzt hier Äh, Fortschritt Weiterhin Ich glaub schon, oder? Ja, hier ist nichts mehr los Wir könnten jetzt hier alleine In der Runde drehen Theoretisch Aber wir haben kein Fahrzeug Nö, ist nichts Gar nichts Naja Okay, die gute Gina haben wir ja nun endlich gerettet Hat eine Weile gedauert Aber Nja Wir haben's geschafft Darum geht's Ist hier eigentlich jetzt Kann man das frei befahren? Wird jetzt noch was zu lesen? Warte mal Äh, komm ich da? Würde ich da so reinkommen? Nö, irgendwie nicht Naja, was soll's So, da ist der Zettel Gefangenenderby Äh, hab ich das schon gelesen? Warte mal kurz Wenn Oder Was für ein Zoll Aber Dann kannst du ja Großzügig Verstehen Wenn das gleich wäre Äh, ich glaube Es kommt mir so kann vor Oder hab ich Bin ich da Raus Naja, ist egal Gefangenenderby Das ist sowieso vorbei Die Geschichte Glaube ich Insofern Ich entschuldige mich dafür Dass ich jetzt grad Nichts vorgelesen habe So wirklich Weil ich vermute Wir haben das schon Irgendwie ist mir grad so Naja, egal So, was haben wir denn jetzt? Äh, wir müssen Äh, oh Was ist denn das? Ist das ein Ist das ein Dingsbumstransporter? Ne, ist nicht Kein Ethanol Scheiße Kein Ethanol Äh, okay Ja, äh Wie gesagt Ich weiß Momentan Echt noch nicht Ähm Warte mal Logbuch Problemlöser Wie gesagt Ich würde gerne Wir könnten natürlich Erstmal hier Aber hier gibt's auch Kein Ethanol Als Belohnung Verdammt Ey Das ist doch scheiße Könnten das erstmal machen Aber das bringt mich Das bringt mich auch nicht weiter Wirklich Hm Das ist Man sieht ja Was man als Belohnung bekommt Aber ich brauche Ethanol Ich brauche unbedingt Ethanol Oder wie ist denn das? Ah, warte mal Ja Mir fällt da jetzt nicht Doch was ein Warte mal Und zwar wenn wir die Außenposten hier Hier die beiden zum Beispiel Die jetzt wieder befreien Gibt's 200 Ethanol Na okay Das machen wir mal Ja, das machen wir mal Genau Das machen wir mal So Äh Schnellreise Kann ich ja Kann ich eh nicht machen Oder? Kann ich da jetzt schnell reisen? Ist ja nicht unser Nö Ist nicht Okay Dann äh Bräuchte ich jetzt Irgendwie mal ein Fahrzeug Ich bräuchte eigentlich Mal ein Fahrzeug Wo kann ich denn hier Warte mal Da ist ein Plünderer Hat der irgendwie Ist da ein Fahrzeug bei ihm? Hey Nimm die Waffe Ey Der zieht auf mich Hast du Glück gehabt Freundchen Warte mal Äh Nein Ach verdammt Mann Ich wollte Ich wollte boxen Ach Ah nee Na ist egal Kamina Steig um Äh auf Wir Wo wir mal hin Da hinten hin Okay Ich bin dabei Okay So Hallo Tschüss Nein Was zum Ach verdammt Falsche Taste Nein Ach Mann Was mach ich denn Ja ich Äh Ne Okay Ja Was ist mit Scheiß Ja Mach ich Ich versuch's Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich Die Handbremse ziehen Bin aber leider abgestiegen Ach Mann Okay dann versuchen wir uns mal Den Außenposten zurück Zurück zu holen 200 Ethanol gibt's Ein Stück weiter gibt's dann nochmal Ethanol Das ist also die Möglichkeit sich Ethanol zu holen Wo ist denn der jetzt Kann ich hinboxen Warte mal Haha Nimm dies Äh Was Hä Was Warum Achso Ich krieche Okay Nö Nö Will ich nicht Ja Also mit den Boxen Ja gibt schon ordentlich Schaden Also ich mache Ja recht Wer kommt Äh Nö das war nix Okay egal Lass mal die mal fahren Erstmal Ah hier wollen wie gesagt Sowieso Oh ist Kamin da drauf Nö Mann Was ist noch nix los Sehr unkonzentriert Alles klar gehen wir Jo Achso da ist ja ein MG drauf Ach wie geil Das hab ich gar nicht gesehen Eieieiei Wie gesagt Anscheinend nicht mein Tag So Versuchen wir mal den Außenposten zurück zu erobern Ob das hier lenkt Weiß ich nicht Hohoho Feuer Äh Ach der Spruch Der passt natürlich Wunderbar Eieiei Der hat den voll Umgebügelt So Da sind wir gleich da Und dann versuchen wir mal Das sind Wie war das nochmal Also einmal haben wir Den Dingen schon über Äh Erobert Und jetzt können wir uns Stufe 2 Freischalten Sozusagen Hier bei dem Außenposten Äh Bösewichte Ne Keine Bösewichte Dann gibt's hoffentlich Ja wie gesagt Ein bisschen Älter Newell Was wir dringend brauchen Für Prosperity Oh hallo Oh Oh ich fahr falsch Ach du scheiße Lölölö Äh Kamina Kannst du mal Nö Machst du nicht Wärst du hier abgestiegen Oder Hier gibt's gar keinen Äh Das ist false end oder Glaube ich Ich glaube das ist false end Was wir hier zurück Erobern können Ja ja So ich glaube Ja genau Ich steig mal ab So Warte mal Eigentlich müssten wir rein Mit dem Ding da reinfahren Wollte ich sagen Aber ich glaube nicht Dass das so gut ist So, mach da mal kurz. Ne, da ist nichts. Was ist das? Achso, Fahrzeug, ich dachte ein Flugzeug. Klang wie ein Flugzeug. Ah, Schneepär. Beziehungsweise. Okay. War hier ein Dingensalarmthorben? Ich glaube nicht, oder? Doch, da hinten. Das ist weniger schön. Mal schauen, ob wir den von hier aus ausgeschaltet bekommen. Ich glaube aber nicht. Oh, ja, gesehen. Danke. Ja. Bleib mal stehen, Sack. Danke. Hölle, wat? So. Ein Glück. Der konnte jetzt nichts mehr sagen. Um Hilfe rufen. Der ist zu weit weg, glaube ich. Ja, das wird nicht gut gehen. So, ich müsste gerade mal durchs Fernrohr schauen. Ich sehe einen von denen. Ja, okay. Da ist keiner mehr. Wat? Ach, okay. Da ist noch einer. Da unten ist einer. Okay, wir müssen irgendwie rüber. Das ist... Huch. Das ist, äh... Das ist ein bisschen blöd hier. Kriege ich den? Mist, verdammt, aber auch. Hä? Äh... Das wird doch... Das geht ja daneben, oder? Nein. Mist. Das war's. Scheiße. Naja, was soll's. Ja, das hab ich mir gedacht. Oh, hallo. Wir ficken ein paar Problemhilfe als Verstärkung. Nette, mal stehen, du Sack. Danke. Nein. Oh, oh. Ich brenne. Aber... Ich gleich auch. Scheiße, wo ist denn meine... Wo ist denn die andere Knarre? Nein, Mörser. Ui, ui, ui. Das ist so scheißendreck. Oh, oh. Wo ist denn die andere Knarre? Verdammte Kacke. Hä? Ich hab die gar nicht bei. Ich hab die gar nicht bei. Fuck. Na, okay. Ich würd sagen... Oh, Kamin ist eh platt. Ach, Scheiße. Gut. Ähm... Ich flüchte mal kurz. Auch wenn's nichts bringt. Oh, es ist doch... Mann. Muss ich mir eine andere Knarre wiederholen. Hier, bei dem hier. Ist das ein Händler? Nee, ist keiner. Ach, verdammt, ey. Hier sind Anfängerfehler. Verdammte Scheiße. Okay, was soll's. Ich bin raus erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werd hier eh gejagt gerade. Und flüchte über... Naja. Übers Feld. Wie cool. Ja, bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry 5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ich bin jetzt mal. Vielen Dank.